80% der Rapper sollen laut eigener Schätzung Kapital nicht mehr antworten. Die Veränderung kam mit Fame und Geld. Nun rechnet der Berliner mit seinen Rap-Kollegen ab. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, so wie auf Instagram Rap Check. Zu seiner Prime sind die meisten ihm hinterher gerannt. Man konnte sich glücklich schätzen, wenn man mit ihm ein Feature hatte. Der Berliner Rapper Kapital betont, dass er nie abgehoben war und immer gegönnt hat. Leider kann er das gleiche nicht von seinen Rapper-Kollegen behaupten. Denn jetzt sind Jahre vergangen und die meisten haben sich in dieser Zeit ein Imperium aufgebaut. Haben Geld, Fame und sind sehr beliebt. Alles Gründe, um Kapital nicht mehr zu antworten. Jedenfalls lässt er seine Wut in diesem Kommi raus. Hier packt er aus, wie die meisten sich verändert haben und liefert den Grund, warum er lieber Newcomer featuret als bekannte Rapper. Auch sein neuster Song Neymar 2 ist nicht wie erhofft mit UFO 361, sondern mit unbekannten Musikern. Die Fans sind geteilter Meinung über diese Entscheidung. Wen er mit den 80% alles meint, ist nicht bekannt. Eine Reaktion gab es darauf nicht.